Donnie, gib mir die Zeit, gib mir die Zeit, gib mir die Zeit. Ich bin mir die Zeit, ich bin die Zeit. So, gut, jetzt mach ich mal Resume. Players Co-op, ja natürlich. Yes. So, wir stellen uns hier auch an wie so die größten Xbox-Noobs. Ganz ehrlich, kann doch nicht wahr sein. Halo. Hm. Loathing. Hm. Aha. Hm. Ja, jetzt geht's los. Guck mal. Nee, ich hab mal weggeklickt. So. Ladies like grinding treads. Ich möchte schießen. Ich möchte schießen. Ach nee, geht nicht, ne? Ach nee. Ah. Ich kann mich hier nur... Oh, da. Liegen die hier noch irgendwo rum? Oh, kann ich hier, kann ich hier in den Warfog reinsteigen? Nö, komm, wir gehen hier in den Warfog, wir gehen hier in den Warfog, wir gehen hier in den Warfog, wir gehen auf den Großen hier. So. Du fährst und ich... Du fährst und ich... Ich fahr den Panzer? Ich weiß gar nicht, wie das geht. So kann ich... Ja, hab ich unendlich Munition. Gut. So. Ja, mach ich ja auch gerade. Ich mach hier gerade alles platt. Kommt das Blaue dergleichen noch runter? Und dieses Level kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und ja, halt. Das war's. Das war's. So. Ja, ist nicht so schlimm. Ich mach hier... Ich mach den Weg hier frei. Ich mach mich mit hier frei. Ganz hier gleich, dann ganz ruhig nicht. Oh, jetzt bin ich mal nur gerade getroffen worden. Das sah so gleich gut aus. Wie viel kommen hier denn? Wie viele Ghosts? Vor allem muss ich mal gucken, welche sind hier noch am Leben und welche nicht mehr. So, genau. Welche noch funktionstüchtig sind. Boah. Jetzt kommt er hier, aber mit dem jetzt kommt der Blaue. Aber hier hat das was. Ey, reiß ich. Boah. Was ist hier? Nee, der hat mich gerade... Hm? Kommen wir jetzt wieder ganz von vorne an. Geil. So. Ja, fahr du mal den Panzer. Ich geh mal hier ans Warfog-Geschoss. Oder ist dann jetzt keiner dabei? Ach, dann fährt keiner. Das ist ja auch toll. So. Ich hupe erst mal eine ganze Zeile. Echt? Ja, hier kommt aber keiner. So, du fährst definitiv vor. Und ich fahr einfach mal hinterher, was passiert. Ich kann jetzt aber auch nicht... Ich kann ja gar nichts machen. Ich kann nur fahren. Hier ist ja keiner, der irgendwie großartig rumballert. Ach, meinst du, ich kann noch einen, äh... Hitschhiken hier? Okay. Ich hupe mal die ganze Zeit hier, Flan. Kann ich die Ghosts überfahren? Kann ich die Ghosts... Ja, schnappen. Nee. Oder? Weil dann könnte ich ja auch rein theoretisch, äh, ballern, ne? Die sind alle tot hier. Nee, die sind beide tot. Die lagen gerade zwei... Zwei Leichen. Warte, nicht abschießen. Ich will... Ich will einen Ghosts-Carmen. Nee. Ich will einen Ghosts-Carmen. Ach, ich muss aussteigen. Ach, scheiße. Äh... X gedrückt halten. Ja, wie? Das ist immer nichts. Oder? RB? Ja, ich bin tot. Nee, schon vorbei wieder. So, jetzt vielleicht. So, der da hinten, der hängt fest. Ja! Geil. Das ist geil. So. Was ist so passiert? Ja, weil... So, der muss mal umbiswitscht werden. So, rauf da bitte. Aha! Ja, ich bin drin. Jetzt komme ich. Ja, ich habe noch die alte... ...Tastengebeleben hier. Die haben auch ohne... Ohne dir haben wir noch nicht Schuss, ne? Jetzt darf ich... Nee. Ah, doch, stimmt. L.T. Ja, genau. Ich sehe das. Ja, der... Der große Ballert auch nicht. Ich weiß, mal den klein hier. Da ist das Loch im Boden. Das ist schlecht. Bist du ja rüberspringen? Kann ich da mit dem Ghost rüberspringen? Ja, ich mache erst mal den einen hier fertig. Der ist hier... So, der ist weg. Oh nein, der kam halt nicht gleich bestimmt. Nee. Ähm, ähm... Macht das was, dass mein Ghost, äh... Blau... Nee, okay. Das ist völlig normal. Shit, Freunde. So, komm. Jetzt bin ich geschmissen worden. Das Fußvolk. Ach, dieses gemeine Fußvolk hier wieder. Das Fußvolk, das kann mich mal... Das noch. Da ist ein großes Raumschiff. Da kann man wieder nur die... Die Kanonen abschießen, ne? Da kann man doch nicht. So, Fußvolk. Fußvolk. Weil... Ja, ich würde auch nicht auf einen brennenden Skorpion aufsteigen. Ganz ehrlich. Hm. Jetzt sind sie. Da ist noch so ein anderes Viech. Großes Raumschiff, von dem ich wieder den Namen vergessen habe. Ich kann mir den nicht mehr... Phantoms. Pelicans. Okay. Wir müssen ja eigentlich nur über die Brücke rüber, ne? Und dann ist das Level vorbei. Und dann kommt schon der... Nach den Skarabeos. Ja, aber schieß mich nicht ab. Ich bin hier auch einer von... Ich bin... Ja, ich bin einer von diesen Vieren. Ah. Der ist rüber. Der ist rüber. Da ist noch einer. Der ist aber auch schon am... Drittittittittittitt. So. Come on. Ja, ich... Ich bin hier am Brennen. Am... Am Blau-Brennen. Am Blau... Ja, das war Fast and Furious-Style hier. Wo kommt her, ihr Ghosts? Ich schlage euch mit euresgleichen. Wer steigt da hoch? Benchies? Ja, aber die kann man, die kann man doch abschießen. Oder? Man muss nur treffen. Kann ich mit dem Ghost eigentlich ranzoomen? Nee. Oh, ich will jetzt nicht von dir überfahren werden. Oh, da oben ist noch einer. Die Pest. Ist hier irgendwas Heiles noch? Da ist keiner. Komm schon. Ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Geil. Und ich bin schon der gleicher Verschießen. Oh Mann. Oh Mann, hier ist auch nix mehr Heiles, ne? Da ist nix Heiles. Tunnel. Ja, aber es bringt ja nix, wenn ich halt nicht, äh... Du kriegst den nicht, du kriegst den nicht. Das ist meiner, 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 der hat mich umgefahren. Ah, aber ich hab mein Ghost, ich hab mein Ghost wieder. Ich hab mein Ghost wieder. Mein blau brennenden Ghost. Soll ich irgendwas machen? Soll ich irgendwas Spezielles machen? Oder mich auch auf die Banshees konzentrieren hier. Und, gut, ich mach, du machst oben, ich mach unten. Aber die schießen natürlich auch, ne? So. Hey, du machst auch unten. So, der ist weggeflogen. Da ist noch einer, der ist Fußsoldat. Fußsoldat, Fußbold. Ja. So. Oben noch. Ah, ich hab anvisiert, 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 anvisiert. War ich das, oder warst du das? Die haben auch ordentlich Firepower, die großen, ne? Oh, ich glaub, ich glaub, einer, einer ist weg. Einer ist weg. Und der ist auch weg. Puh. Kommst du? Achso, da bist du. Blöd. Zwei Himmelhunde aus der Hölle, oder was? Da ist noch was. Hey!